Musik Seht mal was da steht Jungs, eine Million. Und dazu noch genau vor unserer Nase, das ist die Gelegenheit. Hört jetzt ganz genau zu Jungs. Und merkt was ich euch sage, ich werde es euch nicht zweimal erzählen. Kommt ruhig etwas näher, das ist streng geheim. Ihr werdet große Ohren kriegen, also hier ist mein Plan. Wir werden alle zusammen aufsteigen und das Teil zerlegen. Jeder von euch nimmt ein Stück mit, dann fliegen wir in Richtung Norden, setzen alles wieder zusammen und sind eine Million reicher. Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt. Und jetzt folgt mir Jungs. Schnappt euch alle einen Propeller. Macht ihn fest, dann seid ihr startklar. Jetzt werft euren Propeller an und es kann losgehen. Hier ist doch irgendetwas faul. Ein gepanzerter Wagen löst sich doch nicht einfach in Luft auf. Komm sofort da raus und bring den Panzerwagen mit. Oh, da unten ist niemand. Er ist wirklich verschwunden. Miraculous, bitte kommen. Miraculous, bitte kommen. Ein Geldtransporter ist am helllichten Tag verschwunden. Keiner der Spuren. Hm, ein Geldtransporter verschwindet am helllichten Tag? Schalt das Radoroskop ein, Super. Das Radaroskop zeigt nichts an, Miraculous. Vielleicht hilft uns das Radarspurensuchgerät weiter. Ich muss leider zugeben, dass ich jetzt auch nicht mehr weiter weiß. Ha, 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 dass wir das schaffen, hätte keiner gedacht. Und jetzt hört gut zu, Jungs. Wir wollen ja wohl kein schmutziges Geld ausgeben, klar? Rabbit, du bestest. Foxy, du bügelst. Skrui, hängt es zum Trocknen auf. Schöne, saubere Moneten. Keine Fingerabdrücke. Ha, ha, keinerlei Spuren. Kein gar nichts. Ha, 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 ha. Schalt das Spurensuchgerät ein, Super. Ah! Wir sind Ihnen auf der Spur. Ha, 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 da kommt Miraculous. Wir müssen vorsichtig sein. Sie sind alle sehr gerissen. Also gut, Jungs. Bereiten wir Miraculous und Supermaus einen wirklich heißen Empfang. Es sieht ganz so aus, als ob das eine heiße Sache wird. Ich ziehe mir lieber meinen feuerfesten Anzug an. Mein neuerster Colt. Eine Kühlpistole. Damit lege ich ihn auf Eis. Ah! Vielen Dank, Miraculous. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen sollte. Und ohne mich, Chief. Und ohne mich! Vielen Dank.